Heute werde ich wieder erinnert, mich der Schau Christi anzuvertrauen, dem Anerkennen des Sohnes Gottes in mir. Das Licht ist gekommen, es will durch mich leuchten. Christi Augen helfen mir dabei. Dadurch lerne ich beständig von der Dunkelheit zum Licht, von der Angst zur Liebe, vom Ego hin zu Gott zu blicken. Nur Gottes heilige Welt ist wahr. Nur seine vergebende Sicht will durch mich gegeben werden. Das ist die wirkliche Welt. Er liebt mich, so wie ich bin. Seine Liebe umhüllt mich in jedem Moment. Sie trägt und nährt mich. So will ich Gott an erste Stelle setzen und ihn, den Vater, als das Mittel für meine eigene Heilung nutzen. Ich trete zurück, öffne meine Arme, mein Herz, meinen Geist und nehme die Söhne an durch meine eigene Kapitulation vor mir selbst und somit vor Gott und richte meinen Glauben nur für Gott aus. Jetzt vertraue ich auf Gott. Jetzt vertraue ich dem Sohn Gottes in mir. Denn Gottes Vertrauen ist immer das Vertrauen zu mir selbst. Amen. 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 Vielen Dank.